droht 2 1 die musik nicht wirklich sind so darauf gehalten weiter geht's mit dem versuch einer clash runde wenn die q gehen würde was das eigentlich von zeichen das sieht aus wie so ein ding von oben fahren kann so ein auf baustellen muss zum sachen ranzukommen sehr komisch na gut dann ist das halt so ja jetzt gespielt jetzt will ich gerne spielen und den quests abgrasen das zusammen wäre doch ziemlich nice dann habe ich euch in ein paar seien gezeigt und heute haben wir folgen ich mache aber jetzt die fps haben wir das ganze mit hochladen und mit dem rendern weil ich jetzt auch zu lange einfach für mich und ich schaffe das momentan zeitlich nicht wegen arbeit und so deswegen passen wir jetzt mal ohne 60 fps ich werde sobald wieder einführen sobald mehr zeit ist aber nebenbei läuft ja auch noch portal und ja also bullshit und meint sie läuft ja auch momentan noch aber das ist alles hochgeladen im portal haben drei folgen ja ein paar machen ist die folge kam gestern damit ihr wisst wann diese folge aufgenommen wurde aber gestern und damit ihr wisst wann ich nichts auslasse damals letzt aufgenommen so kann ja ganz oben ist ja sick wieso ist ein 315 besser als ein 407 verstehe ich nicht muss ich auch nicht das matte kann ich nicht das ist so blöd dazu kappa ich hoffe die musik war ist dieses mal okay ach endlich q läuft dann ganz schnell poseidon sieht schon geil aus finde ich irgendwo hat was ne sieht schon geil aus irgendwie ist ja immer mal bei dem patch wo ich selber nicht ich hab besser nicht gelesen wie sieht legendarien aus sieht auch geil aus Wir machen Legendary Skin. Ja, Legendary Skin, machen wir mal. Das ist ganz nice. Ach ja. Mein Trinken ist aus. Nein, ich verdurste. Sei doch, gib mir ein bisschen Wasser, Alter. Mein Kaffee ist leer. War los. Gegen Theologen, die Wolken und Aphrodite. Hi Aphrodite, ich hab mich extra schön gemacht für dich. Ich hab ein Raymoll, damit er mich kisst. Ich klau dich, Aris oder die ganzen anderen, deine ex-griechischen Götter. Du warst doch schon mit jedem zusammen. Ich kenne noch, dass du lesbisch bist und mit Arachne zusammengehst. Na ja, gut. Sieht schon schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Ich hoffe, das sagt jetzt nichts Falsches, weil das wäre, äh, ja, uncool. Hatte, ich sehe mal einen Punkt, Punkt, der Ernst darüber. So, einmal Soulstorm vollstacken, die 5 Basics. Na komm, die kriegen die vielleicht auch ohne mich. Da brauche ich nichts machen. Ich weiß, da ist ein Pachos jetzt, der Mana-Bach. Das ist ein Pachos, der Mana-Bach. Es rief jetzt sehr unglücklich. Es rief jetzt 10, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 22, 24, 24, 24, konzentration leute wir wollen die fäden wir fahren einfach wohn mal dr west mit dem team schickt doch einfach mal leute konzentration leute Aber hier können wir nicht fehlen. na so ein paar helpers können wir weg machen brauchen wir nicht alle wir holen es nen gem wie es wahrscheinlich jeder von seinen spieler macht wir haben top gold ganz kurz hatten wir haben so ist geht es gerade einfach nur die drei weil ich die drei mal skill will man kann auch die 1 genauso gut skillen das sei ich letztendlich egal aber ich muss sagen posaren sieht schon sick aus aber irgendwas top ist da überall ist ja klar sonst ist da noch der kerrid nicht alles ja wohl kann auf jeden fall nicht aber es ist was mit ihr du grünen fett sack oder waschen wir zu viel ist mit na egal wie bei uns mal die man aber dann können wir uns jetzt leute nenne die nehme ich mir du auch so jetzt noch keine mann haben wir jetzt wieder weg Und jetzt mal gleich Penetration, ne? Überhaupt ist die andere Scherber, das sieht doch ganz nice aus. Die Scherber, die Scherber, die Scherber. Das war ein guter Knockout von Bacchus. Ah fuck, war zu greedy. Ich hab nicht hinter mir geschaut. Ich hab nicht hinter mir geschaut. Alle Leute, mein Kraken wartet darauf Schaden zu machen. Oder auch nicht. Er schreibt einen nice Job, ey. Komm Tür, bitte. Ich hätte mir schon gewünscht, ich hätte auch nochmal einen nice Job gesagt, ey. Hat Tür top alles? Ja, Tür top alles bei denen. Bra. Aber hat nichts daran, dass der Person jetzt gar nicht ganz cool ist. Das war's. Mein Schuh hat nicht mal dieses Ding da kaputt zu kriegen. Wo sind wir denn hier? Oh Gott, da ist ne Eve. Oh Gott. Wenn ich Posaile öfter spielen könnte, könnte ich euch ein paar gutes Posaile und so ein krasses Gameplay geben, aber... Die spielen die irgendwie gar nicht. Mal sein, weil ich weiß, dass ich weiß, wie er funktioniert. Keiner ist gestorben. Ne, wie ist... Alter, ist das groß. Müssen wir auch noch kleiner machen. Ich verteidigen einfach jetzt nur den Tower. Aber die macht damage, du. Mh, machen wir mal jetzt noch. Will we find stuff? Komm mal, Polynomicon. Sehrig witzig. Aber das Aussehen von Posaile ist echt schon sick. Ich Olympics. Juste. Hier ist alles. Kamu? Hier geht es. Hier geht es. Und hier geht es. Hier geht es. fuck das ist gar nicht gut und wenn ich diesen Loki mit 8-1 schon wieder sehe dann kriege ich schon wieder so ein Hals nicht weil mein Team den gefehlt hat nein das will ich gar nicht sagen einfach nur weil er 8-1 hat ich hasse gefehlte Lokis da muss man immer gut spielen dagegen anzukommen und gut spielen ist das was ich gar nicht kann oder überhaupt nicht kenne ah ist es Naja, Nive war auch noch Ja, Frau, hast du dich gekillt, ne? Der Frutid ist am Flame Ähm, wir sehen jetzt wahrscheinlich eine Frutid, die wieder Nive küssen wird Oder generell healen Ja, dann siehst du den Faden da nicht mehr Nein, es ist Sie haben sich getrennt Ah, die sind Freemade Nein, es ist nicht so schlimm Na gut Nein, es ist nicht so schlimm 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 So, ich pushe So, den Tower kriegen wir da und wenn keine Aphrodite kommt Wer hat eigentlich vorhin gepinkt? Ja, das ist nicht so schlimm Nein, es ist nicht so schlimm Nein, es ist nicht so schlimm Ah, boah, das hat geultet Aber in Ordnung wer kann jetzt auch gemacht Wir haben gerade noch ready, das heißt wir können noch was richtig geiles machen. Ja, das ist gut. Fuck, wir leben noch Das ist krass Oh, sheesh Wir leben immer noch Bin nicht ein Lacker, Alter Das ist kein Lack Das ist Skill Kragen in 12 Sekunden Alter, sind Lukis behindert Du hast einen Thunder gefunden Das habe ich gehört Das Game ist noch nicht verloren Aber es sieht scheiße aus Wenn der Zeit einstipp, hinge ich zu Sonno an So, einmal kurz anping GG Haben wir verloren Aber ich glaube, Quest haben wir trotzdem erledigt Guckt euch das an Das ist ein Fisch Okay, unser Player hat der bestimmt noch gar nicht angucken Sehr, sehr miserabel Aber Quest erledigt Und Da müssen wir hin Nimm mal den nächsten Quest Was wir als nächstes machen 40.000 Gold Ein Fisch wie noch der Day Machen wir das gleich mal Danke für's Zuschauen Tschüss ihr dreien Euer Raios Adios